Hallo Welt! Hier ist Ganon 2 3 und 4 mit Let's Play Money Seas! Ja, und unsere Jagd nach den... Moment, ich muss meinen Ursch schnell einschalten. Und unsere Jagd nach den Siegutlern geht weiter. Ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut, wo die Siegutlern sind. Bis auf 1, weiß ich alle. Ich habe auch einen schicken Spickzettel irgendwo rumliegen. Da ist es wahrscheinlich weg, weil ich meine Auflösung geändert habe. Und Level 1 ist... Also S2 ist in der... Na? Wo ist er? Da! 10! 10! Und zwar... Hier! Hoppidop! S2! Döp, Döp! Döp, 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 Döp! Oh! Döp, Döp, Döp. Zu schnell! Döp, 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 Döp! Au! Das ist wieder so ein cooles Level, wow! hitbox so das ist cool gemacht muss ich sagen das ist richtig cool gemacht respekt ey hier halt einen doppelsprung rein um Zeit zu sparen so da war ich zu langsam da war ich zu schnell das ist 100% Timing das Level 100% Timing das Level und wenn ich vergessen würde wie das Timing war würde ich bestimmt auch irgendwie weiterkommen und wenn ich vergessen würde ich gehe nicht dahin zu springen würde ich bestimmt auch weiterkommen ja Schmetterling flieg nicht weg ich brauch dich noch so hey au jetzt ah ne das geht nicht oh das habe ich auch nicht geschafft hm ach ja schönes Level yes Schmetterling ja 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 au okay die Stelle wird noch ein bisschen gemein habe ich das Gefühl hm hm los perfekt jip 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 eh man ich habe eine Idee was ich filmen wollen aber hey so puh so jip jip so nein hey ah yes ah ah da hell ich mag das Level das ist jip jip ah schön dynamisch man muss immer in Bewegung bleiben und so so das mag ich ja ne das war doof das war doof jip jip so 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 jip 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 Ja, das passt, wenn man zu früh springt, offensichtlich. Das hat auch Skill erfordert, irgendwie. Los, 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 ja, geschafft, Level complete, yay, ursagt noch jede Menge Zeit, okay, da muss ich kurz auf meinen Spieker gucken, ähm, okay, nächster Halt, Level 18. Das, ach, das Level, okay. Hör dich hoch, geh hoch, geh hoch, und dann rüber, gib, ha! Ja, mach der Waiting rum, gib, 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 ja, drum. Wach ich bin schon, ich bin nicht. Lass ich mich nicht auf der letzte, auf! Jo! Gib, 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 auf! Gib, ah! Gib, hao! was 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 what the what the fuck what the fuck what er verlangt die ansaft dass ich das spiegt what the fuck okay das war cool what the fuck nächstes level ist in s1 ja es gibt ein secret level im secret level macht aus was ihr wollt wenn das so weiter geht schaffe ich alles secret level in der folge jetzt sicher so hier rein ist eins und das alles wort das ok tippe tippe das ist nämlich ein bisschen fies versteckt das sie mit level hier nämlich rutsch 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 da so machen wir gleich weiter es gibt nämlich in s7 auch den zuerst 9 und ich habe keine ahnung wo weiter von dem ich vorbereiten weil ich wollte das er will blind machen ja so S8 Okay Das sind alles so Gimmicklevel, wow Schon klar, schon klar Alles eine Frage des Timings und Doppelsprüngen Das müsste aber nicht so gehen Nein Wir springen, rüber, hoch, nein Hier springen Hier springen, rüber, hoch, nein Das sah gut aus Wir müssen noch den Doppelsprung hinbekommen irgendwie Äh Warum bekomme ich noch einmal keinen Doppelsprung? Jupp Äh 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 Oh Das war's fast gewesen Ja Yay Level complete Yay So Ich hab viel zu viel Zeit noch Es fehlen noch zwei Level Komm, die schaffe ich noch Das nächste ist in S4 Und S4 ist in der 25 Mein erstes Secret Level damals gewesen Ja Sieb Jams Hey Das Ne Ne Wirkst du dich? Was denn sonst? Moment Was? Hey Wie sollst du gehen? Man sieht schon mal stehe ich Und jetzt? So, so Ich hab einen Wie soll ich wieder so weiter? Ich hab einen Ich hab einen Hey Wirkst du dich? Ja Hey Was denn sonst? Ja 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 Komm Ja Was? Ja Dann ruf Dann ruf Dann ruf Dann ruf Dann ruf Hahn Heee Wie soll das denn gehen? Ich verstehe den Sprung! Und jetzt? So? So? Das wäre natürlich eine Idee, dass ich dort eine Weile hin und her... ...jumpen muss. Ja und dann? Hä? Hä? Ah! Nä! 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 Na komm! Hä? Ich habe gerade einen ganz bösen Verdacht, was ich dort drüben machen muss. Und der macht mir... ...n bisschen Angst. Ah, das war schon spät. Das war doof. Einfach nur doof. Das war noch doof. Das war... Äh! Auch nicht viel besser. Na komm! S9! Mach mit! So! So! Also, wenn ihr es wirklich mehr verlangen würdet, ist echt eng. Vor allem in die Richtung... Öh! Und jetzt ist ein... So! 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 tippt 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 ja aber selbst dann reicht das doch nicht und dann muss ich dort unten doppel weil 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 fu oder wenn ich dir wirklich so knapp wie irgendwie möglich nein das sah zumindest super aus es gibt jumpen auf dem halben block was zur hölle brain lag komm ich eigentlich unten drunter durch so rüber jetzt habe ich angst der geht doch was zur hölle verlangen die von mir das bestimmt nicht ja der ist eigentlich leichter aber selbst wird komme ich denn wenn ich so umgehe ich dachte wenn ich so umgehe ich sagte wenn ich so umgehe gar nicht weit okay und wenn ich das so mache komme ich auch nicht weit okay hm hmm 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 ls Problem ist, ich kriege nie, was er selber von mir überhaupt will Das war zu schnell Hilfe, ich kapiere das Level nicht Äh Ja Das passt perfekt zum Level Komm, hör auf Ja, wenn ich da drin bin, habe ich verloren Ich komme nicht drin Ich bin ein Bär Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Hä Hä Ernsthaft Na komm Geht der Glitch denn überhaupt, wenn man das so rum macht? Mit den Stacheln Sieht nicht so aus Na komm. Hm. Äh, verlese ich gerade Frage. Ich versuche den Glitch aus S2 zu wiederholen, da ich jetzt auf der Kante stehen bleiben kann irgendwie, vielleicht. Hm. Hm. Ich muss mich so hochziehen und dann... Ne. Es geht nicht. Es geht nur bei den Windrädern. Serious? Seriously? Let's see. Fuck. Mein Hut. Mein Hut. Mein armer Hut. Fucking Serious. Äh. 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 Das ist so dumm. Das ist so dumm. Dumm. Dumm, die Stelle. What the fuck? Und jetzt muss ich warten, muss ich mich herunterschiebt und dann... Yep. Ah. Huh. Und... Skip Jump, Leute. Okay. Das Level ist auf einmal irgendwie leicht. Ernsthaft. What. The. Fuck. Es ist ein Duck Level. Oh. Ist das dumm. Weil das auch wirklich... so gut wie nie benutzt wird, sonst in dem Spiel, dass man sich ducken kann. Soll ich nur noch den Sprung dorthin bekommen. Dann ist alles paletti. Was? Ich meine, nicht. Es ist einfach mal ein bisschen dran. Die Geräte ist nicht so gut. Oh! So. Und dann gibt mir das dritte. Das war mir vielleicht so. Ich bin dran. Was ist denn, wenn ich aufstehe eigentlich? Ich will es gar nicht wissen. Wie spät ist es eigentlich? Ah, passt doch. Und? Ja. Nein. Jetzt sind wir ernsthaft ducken. Jetzt? Ja. Nein. Wenn ich dort den Skipjump hinbekomme, dann habe ich es geschafft. Weil ich habe mich schon gespeichert, ich weiß wie S10 aussieht. Das ist nämlich ganz leicht. Jupp. 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 nachricht hier steht 1 2 5 1 0 1 8 4 0 3 6 was das heißt kein plan ich werde mal googeln vielleicht raus und eine gold statue die bekommen wir die letzten zehn münzen eine gold statue von mir sie ist golden ja das war meine sess 100 prozent 1010 münzen 50 level wie viele folgen das jetzt 14 15 das spiel ist echt kurz eigentlich so meine gut die folgen gingen immer 30 minuten aber wow selbst drauf stellen nee aber was halt so ich bin gerade zwei drei und vier das war let's play meine sess tschüss